es ist ein haufen zeit passiert was wir in der gesamten zeit gab es ja auch das neue ding dort habt ihr meinen letzten video gesehen was extrem kurz war und nun ja einiges ist passiert ich wollte eigentlich ein video machen wo ich dieses schwert bekommen habe die klage das lustige war nur das lustige war halt eben dass nur wirklich der teil wo ich auch das schwert bekommen ab die geile quest da ist dann irgendwie meinen schneideprogramm abgeschmiert jedenfalls um kurz zusammenzufassen das ding ist wieder heil die planeten sind weg der planet ist da der planet ist geil diesen auch noch da und dass der ort ist auch noch da aber er ist weniger interessant wenn sie smooth traveler das ist wunderschön und dieser lichter irritiert mich die ganze zeit sie sehen aus es wird ich will nicht irgend so ein bestimmtes ding sein ist es aber nicht oh gott und was was das ist damit kann man sich im grunde bestimmte exotisches zeug holen ich will ja rattenkönig haben ich habe eben viele materialien ich brauche nur ein accidentenbruch stück es geht noch versägen und festen schatten aber dafür brauchen versägen und festung der schatten und die kippt man euch hier die sind auch schwer zu ergattern und nun ja ich habe eine perfekte idee als wieder eine ex ich habe eine perfekte idee wie ich leiden werde warum tue ich sowas um es zusammenfassen warum gehen warum genau hatte ich loven löwen gebrüllt man könnte sagen heute ist so ein granatenwerfer viele dann aber wir sind doch hier mini raketenwerfer nur hat leid was ist das problem daran nun ja personen die gefragt hat die im grunde gar nicht existiert nun ja das problem bei diesem ding ist hier viele granatenwerfer schießen einmal fliegen irgendwo dagegen explodieren bei der waffe ist es so du musst gedrückt halten wenn du wieder den schussknopf wieder los lässt dann explodiert sie und ihr könnt euch denken dass das dass ich nicht gut darin bin das sind sämtliche kills die ich bekommen habe man könnte natürlich denken ja damit zu killen hier wird natürlich schwer sein aber kriegt man vielleicht hin problem ist crucible xydom silber passt perfekt wie der eisriese kontrolle der einzige spielmodus nicht beherrschen und spielen will bei der rest davon müll auf jeden fall werden wir mal sehen wie lustig das wird mit einer waffe die ich hasse ich werde natürlich versuchen irgendwie so gut commentary zu machen und so gut noch irgendwie hin zu haben wie es geht und da sind meine anderen boys boys carry mich warum video wurde doch vernichtet kriegs satelliten abschlussanlage was war ein langer name und diesmal sieht man gar nicht was so hässlich aus aber die anderen sind cooler die sind viel cooler das spiel beginnt ich hätte auf akkus gehen sollen Wie sind die Namen eigentlich? Es killt dich! Kappbo-Runde abgeschlossen! Geronimo! Wo sind die Gegner? Mad Mellows! Ich liebe diesen Code der Rakete! Haha! Oh! Oh mein Gott! Abrissbirne! Ich weiß nicht wie man das genau bekommt! Ja! Bumm! Ja! Fuck! Ja! Wo ist er? Oh Gott! Wie habe ich das über... Das habe ich nicht überlebt! Ich wurde gesniped! Warlock-Teilen hat man dann ein perfektes Setup für verdammt... Verdammt Gift! Oh mein! Ich werde mal sehen... Ich habe höchstwahrscheinlich gefühlt 5 Kills! Ich muss... Ich muss gucken wie eine Nachladengeschwindigkeit! Nachladegeschwindigkeit! Weil das ist das Problem bei dieser Waffe! Und alles hat leer! Ich werde mich schwer darauf wissen, dass sie halt eben... Löwe sieht halt aus wie Feuer! Aber du, das ist leere! Und wir haben ein Powerplay! Du musst sie halten! Und wir haben ein Powerplay! Du musst sie halten! Oh Gott! Wieder einen auf die... I tried! Allerdings hat auch so ein... Healing-Teil... Da kriegt man einen kaum... Kaum kleinen! Da brauchst du schon eine Super! Und meine... Kriege ich wohl höchstwahrscheinlich mal hin! Weil die Runde haben wir definitiv gewonnen! Der dann... Fuck! Ich habe einen bisher eliminiert! Das ist traurig! Ich könnte höchstwahrscheinlich mehr machen, aber... Meistens ist es nicht so cool! Einmal habe ich ja meine... Ach, diese Map! Man kann halt eben so richtig gut da... Boah! Ich weiß mir, dass du nicht behauptet kannst! Halte die Zonen! Mio! Mal sehen! Wir haben Chicken, True Arrow, Corn Troperion, Monkey Jabba gegen... Offcash Sandkasten! Eingenommen! Oh Gott! Will ich zusammen meine Super auf jemanden hauen? Ja! Ja! Endlich! Ja! Endlich! Ja! Endlich! Natürlich! Dort, wo die Gegner jetzt... Verloren haben... Gewonnen! Ja! Gewonnen! Ja! Was machst du Frühstück? Da sollte ein Kampf und ein Territorium kein Problem sein! Nochmal! Scherkel, lass mich in Ruhe, ich hab die wenigsten Kille. Das passiert halt, wenn man mir so eine Waffe in die Hand drückt.